Moin moin und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Beim letzten Mal haben wir uns hier in der Wasserwelt weiter umgesehen, sind auf Feinde gestoßen, die wir einfach nicht besiegen konnten. Mittlerweile habe ich es raus. Wir müssen tatsächlich mit der Pfeffer-Feuer-Kanon-Pistole, wie auch immer, auf seine Bomben schießen und können ihn dann niedermetzeln. Warum das anfangs nicht geklappt hat? Keine Ahnung. Wollte ich scheinbar einfach nicht. Kann ich nicht beantworten. So, gibt es noch irgendwas außer Party, Monster und irgendwas anderem? Let's get the party started. Okay. Hey, es ist dunkel. Ich mag's dunkel. Dunkel ist meine Lieblingsfarbe. Äh... Dunkel ist keine Farbe. Doch, dunkel ist ne Farbe. Wenn ich jemanden frage, welche Farbe hat denn dein Computer und der sagt, er ist weiß. Ah, Mist, der Witz sieht anders aus. Oh, jetzt habe ich den Porn noch versorgt. Naja, das heißt. Ihr wisst genau, was ich meine. Was heißt denn für ein Computer? Ein mit Bildschirm. Ja, jetzt ein bisschen genauer. Er ist weiß. Äh... Ja, wirklich Menschen, die antworten immer noch so. Damm, bedrohliche Mosaik. Damm, Damm. Und dein Fett des Valors. Ah, Alice. Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung. Aber es wäre wirklich notwendig, dass ich... Mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher fast neu oder einen hübschen Hammer, wenn dich das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, äh, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigheit. Wegen einer logisterischen Vergeigung fehlen noch einige Show-Requisiten. Das extreberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die Melo-getöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese Wohlschmeck, rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eul nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus. Wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Okay. Ihr merkt mal wieder, die Leute hier sind alle sehr hilfsbereit und überallermaßen groß. Guck mal hier, da ist Alice in Standgebläse. Äh, Standgebläse. Okay, jetzt werde ich das Video wohl wirklich mal ab 18 schalten müssen. Aber mache ich sowieso nicht, weil mir ist das egal. Was soll YouTube machen? Mir einen Strike geben. Und danach noch einen Strike geben. Und danach. mich von YouTube verbannen. Und ich halt weiter. Dann jetzt play ich halt auf mein Video. Es geht alles. Irgendwie. Mein Video, let's playen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den allerwertesten zu treten. Äh, er hätte beinahe Arsch gesagt. Hihihi. Aber nein. Wir sind ja doch in einem hinterfreundlichen Spiel mit, äh, ja, einer Messer schwingenden kleinen Lady. Welche überhaupt keine psychischen Probleme hat. Nein, das ist alles echtes Lied am Alkohol. Ja? Ja. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan. Oder Gilbert. Einer von beiden. Und warum nicht beide zusammen? Ich bin besser als die. Bin das doppelt so gut wie die. Siehst du, ich kann mich auf Befehl klein machen, mich von Ort zu Ort teleportieren. Ähm. Ja. Ein Pferd mit glühendroten Augen schwingen und... Ja, vieles mehr. Das konnten die alles nicht. Hallo? Bist du der Oktopus? Nein, du bist eine Kanonenkrabbe. Eine rauchende Kanonenkrabbe. So, Kinder, und jetzt sehen wir, was passiert, wenn man raucht. Ja, genau. Wow, balla. Man wird von einem kleinen Mädchen vertroschen, dass ein Pony schwingt. Bam. Okay, jetzt verstehe ich auch, wozu wir das Pferdchen brauchen. Nämlich für diese Gegner. Da, da, da. Und falls auf den Roten liegt, können wir... Äh, ohne deine Kanone, die ist dir da ein bisschen abhanden gekommen. Fuck. Sie sind relativ einfach, vor allem, weil sie so ein langsam Autsch sind. Wollte ich gerade sagen. Bis er mir eins mitgegeben hat. Zack, zack, zack. Aber wirklich schwer sind die wirklich nicht. Ich meine... Na, mit dem Hammer kann man sie relativ gut bearbeiten, ne? Bam. Autsch. Und wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde hier, wäre es dann auch da kein Problem. Nein, nein, nein. Ah, bitch, move. Uh, uff. Bitch, move. Bitch, move. Bitch, move. Bam. Ja. Bam. 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 Wieso stirbt das Ding nicht? Jetzt aber hier. Meine Herren. Was denn hier nur was? Ja, ja, die Gegner sind gar nicht so schwer. Die sind so langsam. Wie kann man denn bei sowas verlieren? Hehehe. Sehr lustig. Und dann beinahe sterben. Na, dat kann man leiden. Das angeben wir als liebsten niemand Besseren. Ah, nein, nein. Ach, nein. Mann, ich hatte gehofft, ich kann noch das Ding aktivieren, bevor es überhetzt. Und dann fehlt ein Schuss. Und wie durch ein Wunder erheben sich komische Gesichtsteine aus dem Boden. Team Sledge it, my friends. Team Sledge it. Sag, geht's hier rein? Nö. Hm. Tatatatata. Jo, der letzte Part war so ungefähr um den Daumen rum. 20 bis 25 Minuten lang. Ich möchte jetzt jetzt so ungefähr beibehalten. Weiß, dann werden das noch mehr Parts. Aber. Ist dann halt einfach so. Ich hab dann halt den Vorteil, dass ich runterfallen kann. Ne, ich hab dann halt den Vorteil, dass die Videos, die ich jetzt aufnehme, noch länger halten. Ja. Weil spielen tue ich ja trotzdem nicht kürzer. Ich hab dann am Ende noch mehr Videos. Ist zwar dann auch irgendwo wieder mehr Arbeit zum Hochladen. Aber. Aberabarabar. Da ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal zu so einer langen Aufnahmesession komme, wie heute. Mach es lieber so. Zack. Und jetzt da rüber. Und nun? Dead End. Dead End. So ein Schmarrn. Hätte man sich auch sparen können. Und hier der Kraken? Hallo. Ah, ich sehe schon, wir spielen eine Runde Pinocchio. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch, Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verbiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal. Der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis Versteckspiel. Finde mich dreimal, Holdemite. Beeil dich und wir können reden. Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken. Aber sein Verhalten kann ihn verraten. Also, wir suchen fliegende Alkoholflaschen. Oder was? Was zum Sterben schöne Darbietung. Äh, Walrossanzeiger. Ja, wir nehmen hier erstmal die Dinger mit. Zack, zack. Das Schreiben passt perfekt zum Oktopus. Ihm geht niemals die Tinte aus. Dumm, blum, psch. Wo Tinte fließt, da der Oktopus hießt. Folge der Tinte. Toller Rat. Ey, kann ich Schweine stattfinden von dir aus treffen? Jawohl, ja, kann ich. Katschi! Ne, du Sau, entschuldige dich. Kein Benehmen. Ähm, ja, voll die der Tinte, ne? Äh, wo ist die denn Tinte? Ich seh keine Tinte! Ich seh keine Tinte! Aber... Ich seh keine Tinte! Lass mich jetzt nachher drüben. Oh. Kann ich kaputt machen? Das ist ja toll! Hier zumindest. Zack! Ey, Oktopusse! Ich zerstöre deine Schnapsreserven! Ehergier mal! Bitte! Oktopusse? Ähm, die Katze hat gesagt, ich soll der Tinte folgen. Aber ich seh keine Tinte. Wie soll ich Tinte folgen, die ich nicht sehe? Ähm, Alkohol. Alkohol. Noch mehr Alkohol. Du wirst doch dann am Ende ziemlich sauer sein bei dem, was wir hier machen, oder? Ah, das ist zu leicht! Äh. Das ist zu leicht. Okay, also wir haben ihn scheinbar das erste Mal gefunden. Verbleiben noch zwei. Zack! Zack! Bring uns nach oben! Du unsichtbare Plattform! So. Dann hier ein Häschen drauf. Ey, 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 ey. Zwo, drei. Äh, das war keine gute Idee. Nope. es war keine ich will die zähne haben die ich mir die leute so jetzt aber 1 2 und 1 2 ok da sehe ich die plattform rase drauf darf ich bitte was sehen das bringt mir nichts wenn die kamera so übel stehen bleibt natürlich nicht warum denn auch unnötig dass mir das jedes mal wieder gezeigt wird ich weiß nun was passiert und jetzt hier warum treffe ich das ding nicht die uhr will mich verarschen ich bin schon ganz rüber aufzutrinken als spring lieber ende weg vom schnaps des oktopussis jawohl das war zwar knapp aber wir haben es hinbekommen so da jetzt weiter und da sehe ich doch schon wieder die schnaps reserven des alten seufers und wir glitschern in der wand weil die ellis das so gut kann schon mal springen nie lauf ich nicht schade und fallen in die verdammnis noch irgendwas also 1 2 3 und schweb alles so wir suchen eine flasche wo was schwarzes mit drin ist gut ich sehe keine unterschiede ich mache einfach alles kaputt muhahaha hast du ja doch nie durch was soll denn das oh jetzt hast du mich aber nochmal schaffst du es nicht was warum ist es wie ist er ach egal ist nicht so wichtig wir lassen uns einfach so dabei und ja radeln uns nicht weiter davon kriegt man nur topschmerzen wenn man zu viel fragt nicht von wem wer wie was wenn wenn ich fragt bei dumm wer zu viel fragt wird dumm mit der wird er meistens verprügelt weil streber und so ach so na klar ja das ist jetzt überhaupt nicht bescheuert weil die zeit noch knapper ist als beim letzten mal na ach leute die künstlichen rätsel ne so von wegen ja hier mach dies und das unter diesen zeitvorgaben und ja es ist nicht ganz so einfach kann passieren dass es drei vier fünfzehn mal machen muss aber das wird schon das widerwärtige das aus der vergangenheit stammt hat nur so viel macht wie die lebendige erinnerung ihm zugesteht ah da ist schon wieder so ein geist jetzt könnt ihr wenigstens mal sehen wie diese diener besiegt werden hier na komm wir auf deine bomben na komm hier scheiße he bam 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 ja mittlerweile kann ich dich bam zack 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 kränzeseestern Hallo kränzeseestern Hallo kränzeseestern Hallo kränzeseestern Sie sind ja sicherlich verwandt mit der katze Warum sind hier so viele blubberbläschen Warum sind hier so viele blubberbläschen Das ist ja lustig und da soll ich irgendwie hochkommen Wie zum teufel soll ich da hochkommen Da soll ein Hase hin Da soll ein Hase hin Da soll auch ein Hase hin Was Was? Zum Diable. Äh, was passiert mir, wenn ich das mache? Ah, okay. Naaaaah! Wunderbar, das hat geklappt. Und was passiert, wenn ich hier einen drauflege? Ja, klar, kommt da hinten einer. Ey, verarscht doch wen anders, bitte. Und nicht mich! Also an die Flasche möchte ich jetzt schon rankommen, ne? Komm ich aber nicht. Teil. Wieso? Na? Ne. Ne. Schaut euch das mal an. Man kann hier die ganze Zeit schon weiterspringen. Das ist so ein Blödsinn. Jetzt ob man jedes Mal wieder die Erklärung braucht, was denn nun passieren würde. Ach toll, jetzt muss ich wieder nach da ganz hinten. Ey, Leute. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist... Es ist zwar noch kein Backtracking, aber es kommt ihm schon verdammt nahe. Ein Backtracking ist scheiße. Der ist einfach künstlich in die Länge gezogen. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Das Spiel hat doch so viel zu bieten. Und dann sowas. Das lande ich hier drauf, Mensch. Chemnischer Hase. Eins, zwei, drei. Na? Natürlich nicht. Ah. Mensch, Mensch, Mensch. Ey. Meine Güte. Ich muss halt hier stehen bleiben. So. Hab. Und hab. Na klar. Was soll denn das bitte schaffen in der Zeit? Oh mein Gott. Ey, so knapper geht's nimmer. Auf jeden Fall können wir jetzt den Oktopussy finden und das zum dritten Mal und dann haben wir das Manuskript für die verdammte Vorstellung. Ja, damit. Komm raus hier. Du hier? Nein. Du hier? Nein. Wo bist du, du Oktopussy? Du seh ich den Staubschnüffelnden Alkoholiker. Ich verprügel dich mit meinem Seepferdchen. Und wenn das nicht reicht, hol ich Plötze. Ahm. Keiner da. Keiner da. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Das werden wir tun, meine Damen und Herren. Doch erst beim nächsten Mal. Wenn's euch gefallen hat, dann ab in die Kommentare damit. Ansonsten lasst es einfach bleiben. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Alice Madness Returns. Bis dahin. Bye, bye.